So play like a legend! Dann kommen auch schöne Schläge zusammen, wenn man sich schön konzentriert. Dann macht das Spiel noch mehr Spaß. Attack Mode, ja. Okay. Der Schwinglölkl. Schwinglölkl! Schwinglölkl! Geh gehebt! Wah! gott sei dank einfach cool die maria wohl ist das schön das hast du doch schön Was ist das? Das ist eine große Bewegung, die wiederum hat vieles Bewegung. Das sieht aus wie ein Fahre-Seeker. wappen komisch geflogen trinkt die zielte auch nicht zu weit weg Geil, ey. Das war ja cool. Boah, ich will mal gar nicht so viel reden wegen Luft, weil ich ja nicht so viel Luft hab. Aber das ist so spannend, ich kann meine Klappe ja nicht halten. Das war ein paar 3, 210 Yards. Das ist eigentlich ein paar 3 auf der Karte, aber viele Leute sehen es als ein paar 4, denn da ist nichts einfaches über diese Hälfte. Wenn du zu der Seite ausfüllen, dann wird es nicht möglich sein, dass es nicht möglich ist. Das ist ein paar Puppen, ohne einen Riesch zu nehmen. Die meisten Spieler sind nur um den 4 zu machen und weitergehen. Das ist nicht schlecht. Das ist ein paar Puppen, und das wird ein ziemlich guter Hälfte. Das wären die Rück-to-Back-Birdies für diesen Spieler. Ja, Bruck. Sketchers. Sketchers. Hat sie getroffen oder hat sie nicht getroffen? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts mit gekriegt. Fähnchen rein da. Oh, schön. Jo. 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 Wann sagt, wer kommt sie nachher? Und setzen wir bestimmt. Wird er wieder Der Ding ist vor der Nase, der Ding. Ach, Mensch. Die Tiger Woods, meine ich. Und dann habe ich wieder die Ausrat. Oh. Abgebogen. Oh, oh. 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 Es ist toll, wie gut dieser Spieler ist in full flow. Gut. Gut. Doch, der geht rein. Auch nicht. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, da hast du ja, da fasst am besten nix an. Roche Almera. Der Deutsche aus Argentinien. Der Argentiner mit deutschen Wurzeln suchen. Du bist etwa 75 Yards short of this green and you've got to figure out a way around it. Do you draw it around it? Do you hit a fade around it? What do you do? No easy task for any of these players. Ach, da steht der Baum wieder. An dem ist man erst vorbei, glaube ich. Und dann können wir links... Ne, Quatsch, nix links. Da sieht es da gerade aus, ist der. Das ist unser Loch. Do you like that, did you? They've had a chat with the Caddy and they're going for it. This one's on. And here we are with the third shot. Ach so, ich muss so machen, so. Ich muss ja so machen, ich kann gar nicht... Scheiß verreißen immer, ey! Scheiß verreißen, sage ich. Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch irre. SergeyADro. Geil. Boah. Mein ... Du räcker. Nein, danke. Boah, mein Rast. Boah, mein Arzt. J Incorporate. Boah, mein Arzt ist abwür 소개elt! Boah... Ich bescheuere, seine Erinnerungen und runter... Aber derört ihr überwürdig war das auch reißer. Wo noch so lange ich kann, ja хотя jemals war? Das war ja cool. Haben wir das mit Pitchywitch geschlagen? Pitchywitch. Pitchywitch. Hm. Oh. Shrinker. Ja, der ist aber, den habe ich mit gemischten Gefühlen verfolgt in dem Schlag. Ich schwöre. Guck, du bist traurig. Hast du das hier gesehen? Ah, ein Mädchen, ey. Ja, kroko.